Gvalipavasana ist die Stellung von Gvalipava. Gvalipava hat etwas zu tun mit Atem-Pava, eine Stellung, die dir helfen kann, besser durchzuatmen. Worum geht's? Zunächst bring die Fußsohlen zusammen und dabei die Fersen auseinander, also anders als bei anderen Variationen, wo die Fersen zusammen sind, berühren sich nur die Fußballen und die Zehen. Dann bringe die Hände auf die Knie und drücke die Knie nach unten, soweit du kannst. Dann senke das Kinn zum Brustkorb hin, zum Beispiel für Jalandharabandha. Du kannst Jalandharabandha andeuten, indem du das Kinn nur leicht senkst und dann schaue auf die Nasenspitze. Gvalipavasana hilft dir zur Ruhe zu kommen und den Geist ruhig zu machen. Gvalipavasana Gvalipavasana